ja herzlich willkommen hier zurück zum abschluss der ersten runde zwischen hartberg und mattersburg ja fangen wir es dabei ein neuzugang bei hartberg den sehen wir jetzt am ball grüße ich ja auch ein neuzugang bei mattersburg jetzt sind wir jetzt nicht am ball was für ein fail der neue zugang trifft nach vier minuten und zwei sekunden ein tor für rapide auch geschossen im test ja mattersburg du wolltest was sagen hat ein neuzugang jetzt sehen wir jetzt hier zirka vom freien markt gekommen weil es ja die russische liga nicht mehr gibt das war nicht gut vielleicht ja man muss sagen zirka wurde geholt weil man renner mehr ins geschehen bringen wollte das war ganz schlecht er spielt ja nur linker verteidiger war dort aber auch sehr offensiv dafür ist grube auf die rechte seite gewechselt damit renner auf der linken seite im mittelfeld spielen kann auch keine schlechte taktische umstellung vielleicht da der hat da du bist ein trock kärsch bauma Wird mich interessiert, ob das Brüder sind. Kann durch sein, das weiß ich nicht. Fuh Gott sei Dank. Uh, liegt einer verletzt? Habe ich mir auch gerade gedacht, ob der verletzt ist. Ich schaue lieber nach, ob der verletzt ist. Ich lasse es mal vor. Alles gut. Ich schaue. ... 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 nicht da wirst du nicht nur bist du nicht da wirst du nicht da wirst du nicht aber ich sage ich doch was einsten wenn ein bisschen den hat er jetzt umgeholzt boah keine gelbe karte bist du heftig aber repan die latte und dieser kannst du sasche ja 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 na gut 2-0 ist ein bisschen heftig wir haben mehr als 2-3 hat eine Mannschaft noch nicht geschossen scheiße, das wäre eine richtig schöne Antwort jetzt gewesen nochmal was? alter alter fehlentscheidungen in dem spiel alter ja neeeen ivan blauen starrer und rap alter forder ja schön durchgesetzt vom Bürger ja schon yes da hast du schon rausgespielt schlecht vielleicht uuhh, lebenszeichen von sidomon von sidomon von sidomon Das ist man ja. So und jetzt kommt da die Möglichkeit, Hardback. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Was, wie der Bürger? Was, Bürger? Nein, Gruber. Ah ja, bei denen haben wir uns ja Tore schießen. Ja, Ausgleich. Ja, nicht ohne Grund. Und da habe ich Renner jetzt ins Mittelfeld gegeben, weil ich auch in diesem Fieber gemerkt habe, dass er eigentlich sehr stark ist. Ja, sehr ausgleichlich eine Partie. Ähm, den Wechsel gibt es allerdings hier, den ersten. Ich wechsel dabei noch nicht. Ja, gut. Ja, gut. So ein jubitsch, neuer Mann. Habe ich genauso gesehen. Halt. Na, die ich mir aber mache. Starke Einsatz, oh, das war mal Spaß, uh, benutzer heftig. Oh, schade. Das ist auch schön. Was? Was? Das war doch faul, oder? Na, ich glaube, der hat zwischendurch ein paar gespielt. Und dann Salomon war auch faul eigentlich. Oh, der lässt ihm aus. Aber gut mitgespielt, das muss man sagen. Aber jetzt. Der ist drin. Der Koch, lass dich da feiern. Ja, cool. Mit dem ersten Tor. Ah, Ivan hat mir jetzt auch schon länger nichts mehr gesehen. Naja. Generell offensiv nicht mehr so viel gesehen. Na gut. Dann die letzten zwei Wechsel hier bei Hartberg. So, sorry. Mach ich auch gleich Wechsel. Einen zumindest mal. Für was haben wir'n geholt? Für was haben wir'n sonst geholt? Für was haben wir'n sonst geholt? Ohhhh. Da hast du jetzt was gesehen. Bitte? Da hast du jetzt was gesehen. Was ist das für'n Staatsbürger? Georgen. Georgen, okay. Warte, warte, warte. Und läuft bei ihm. Naja, kein Stress. Da taugt man da, Cody. Da. Taddy. Boah. Taddy. Ja, schön gemacht. Ja, Lubitsch mit dem Assist. Schöne Rangetauscht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich überrasche, dass das so... Jetzt zu weit aufklickt. Oh, Ivan. Und Lapfel. Führung Kaprak. Stark von Beinem. Also da musst du... Dohle... Was war da? War da jetzt noch im falschen Fuß, oder? Ja, du hast gesagt, ob man von ihm was zieht. Oh, wieder Transparade. Ja. 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 Und schon, Bürger. Oh. Taric? Ja, muss er sein. Das muss das sein. Muss das sein, ja. Drei Minuten nachzuspringen. Baba geht's. Alter, was war das? Keine rote? Gäbe. Bisto deppert. Das war gnädig. War das nicht letzter? Nein. Oh. Gott sei Dank. Ja. Puh. Vier zu dreißig. Puh. Vier zu dreißig. Guter Abschluss mit dieser ersten Runde. Ja, Ivan. Zum Matchwinner. Mit Kopfel. So, torreiche Zusammenfassung. Oh, jetzt hab ich drückt. Bitte du du nicht drücken. Nein. Ja, ich lese es aber vor. Okay, geht schon los. Ich lese aber trotzdem vor. Salzburg führt jetzt mit Halbberg und Austritte dabei an. Dahinter kommen Sturm Graz, Innsbruck, Rapid, Laasquare, C und St. Pölten. Und die Schlusskette bildet derzeit Matersburg, Altach und die Admira. Ja. Da ist irgendwie glaube ich das 2 zu 0 war das. Da das 2 zu 1. 1. Dann der Co. Ja, torreichtes Match bis jetzt. Das auf jeden Fall. Dann da das schön gemacht. So, 82. Minute hier schön gemacht. Stange nur. Und dann. Dicht Zeit gelassen. Ja, der Tor war leider. Der ist voll gemütlich zurück gegangen. Ja, verdient gewonnen. Heißes Match. Heiße Partie. Torreich. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Macht's gut und ciao. 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 Ciao.